So hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Reaction Video hier von mir und zwar geht es dieses mal um ein weiteres Thema im Hacking IT Security Bereich, ihr wisst ich kenne mich in dem Bereich ein bisschen aus, ich bin Dozent in dem Bereich, ihr könnt einen Haufen von mir auf YouTube schon finden auf meinem Hauptkanal und da geht es tief in die Materie, hier möchte ich allerdings einfach nur ein bisschen zusätzliche Infos geben für ein, naja zu einem Video das vielleicht so schon existiert und dieses mal geht es um das Video das ihr mir auch wieder empfohlen habt, wie das FBI den meistgesuchten Hacker der Geschichte erwischte. Von der mentalen Zuflucht, ja wenn ihr Bock auf mehr solches Zeug habt, muss nicht unbedingt IT Security sein, wie gesagt ich habe meine Masterarbeit zum Beispiel auch im Machine Learning IT Security Bereich geschrieben, dann schickt mir ganz gerne einfach auch solche Sachen, ich habe da immer Bock drauf, ich finde sowas mega spannend und ja vielen Dank dafür, dass ihr mir da auch so kontinuierlich immer wieder neues Zeug schickt und ja lasst uns anfangen, ich freue mich darauf. Hallo zusammen. Computer und digitale Technologien sind längst ein nicht mal wegzudenkender Bestandteil unseres Lebens geworden. Sie sind so wichtig, dass auf diesem Gebiet mittlerweile erbitterte Kämpfe zwischen unterschiedlichen Menschen stattfinden. Damit meinen wir jetzt aber keine Kommentarschlachten. Begabte Computerspezialisten mit einem hohen IQ, die eine Hackerlaufbahn einschlagen, stellen sich nicht immer auf die Seite des Guten. Das harmloseste, was sie tun können, ist eure E-Mail oder euer Profil in einem sozialen Netzwerk zu knacken. Doch manchmal treiben sie es so weit, dass sie zu einer Gefahr für die nationale Sicherheit der USA werden und dadurch auf der Fahndungsliste des FBI landen. In unserem heutigen Video erzählen wir euch von den meistgesuchten Hackern der Welt. Lasst uns loslegen. Okay, also hier habe ich schon die erste Anmerkung und ja, also erstmal mega danke an mentale Zuflucht, dass ihr so ein Video hochladet. Ich finde es super wichtig, dass so ein Thema wirklich Gehör findet. Das ist einfach so unglaublich wichtig. Ihr könnt gerne mal bei mir auf dem Kanal gucken, da gibt es so viel, was Hacker wirklich mit euch anstellen können. Und tatsächlich, Social Media ist, ich würde nicht sagen, es ist der harmloseste Bereich, gerade wenn wir an den Twitter-Hack denken. Da haben wir auch gesehen, Joe Biden wurde zum Beispiel gehackt und wenn jetzt da einfach Leute wegbleiben von ihm sozusagen, weil er wurde ja gehackt oder er hat ja irgendwas gepostet, was nicht unbedingt geil ist, dann kann das auch wirklich einen Wahlkampf beeinflussen. Das heißt, Social Media ist mittlerweile wirklich stark verwoben mit unserer Gesellschaft. Ich meine, schaut euch mal Elon Musk an, ja, der hat einmal was getwittert und plötzlich sind die Tesla-Aktien um 10.000 Euro teilweise, äh, nicht um 10.000 Euro, aber manche Leute haben damit 10.000 oder 20.000 Euro verloren, weil er einmal was Negatives getwittert hat. Also er hat getwittert, dass er quasi seine Sachen verkaufen möchte und dann sind die Aktien in den Keller gegangen. Also Social Media ist schon gefährlich, wenn es die richtigen Personen trifft, aber es gibt tatsächlich ungefährlichere Dinge, wie zum Beispiel einfach nur eine E-Mail oder sowas. Das ist jetzt meistens nicht so tragisch. Aber natürlich gibt es auch gefährlichere Dinge, wie zum Beispiel eben das, was jetzt wahrscheinlich bald kommt. Ich freue mich drauf. Fun Fact, ähm, ich habe ein Logo designt, beziehungsweise designen lassen, das sehr, sehr viel Ähnlichkeit mit diesem Logo hat. Ich bin, äh, ist interesting. Die sehen sich wirklich ähnlich. Mal gucken, wann ich das dann auch wirklich benutzen kann. Das dauert ein bisschen. Kommander X Heute hat dieser Mann, dessen wahrer Name Christopher Doyen lautet, über 7.000 Follower auf Twitter. Und das, obwohl er seit mehreren Jahren auf der Flucht vor den US-Behörden ist und seine Anonymität wahren sollte. Doch Doyen ist genauso verrückt, wie hoch seine Autorität in der internationalen Hacker-Szene ist. Das Erstaunlichste ist, dass er es hinkriegte, nicht nur mit seinen Fans in Kontakt zu bleiben, sondern sich auch öffentlich über seine Verfolge lustig zu machen. Mehr noch, Doyen hat vor ein paar Jahren ein Buch veröffentlicht, in dem er seine Tätigkeit als Mitglied einer großen Hacker-Gruppierung namens Anonymous schilderte, bei der er von einem einfachen Hacker zum Anführer aufstieg. Es ist nicht besonders schlau, solche Dinge über eine Organisation zu schreiben, die auf der Most Wanted-Liste des FBI steht, stimmt's? Anonymous hat an sich keinen Leader in dem Sinne, das ist ein dezentrales Kollektiv. Das heißt, jeder hat quasi Ideen und kann sie einfach mit dem Kollektiv teilen und dann erst entscheidet quasi jeder für sich, ob er bei einer Aktion mitmachen möchte. Also es gibt an der Stelle eigentlich keinen Anführer davon. Was ich allerdings faszinierend finde, ist, dass er wirklich auf Twitter aktiv geblieben ist, aber an sich ist das nicht wirklich schwer machbar. Also man kann absolut anonym bleiben, wenn man soziale Medien benutzt. Was ihr vielleicht nicht wusstet, Facebook hat tatsächlich auch einen Tor, also einen Hidden Service. Hidden Services sind im Tor-Netzwerk, oftmals auch Darknet genannt, ja, aber nicht ausschließlich Darknet-Sachen passieren da drauf. Facebook hat dort einen wirklich legitimen Service. Ihr könnt über eine Orden-URL auf das Facebook-Netzwerk zugreifen und euch da einloggen, ganz normal. Und wenn man das wirklich von Anfang an bei der Anmeldung schon macht, dann weiß natürlich Facebook überhaupt nicht, wer man eigentlich ist. Und dadurch kann man wirklich super anonym bleiben. Das heißt, man hat eben diese Hidden Service-Anonymität. Das ist quasi wirklich dieselbe Anonymität, wie ihr auch zum Beispiel in einem Darknet-Market habt, ja, nur eben auf Facebook. Und Twitter ist nicht ganz so anonym, die haben keinen Hidden Service. Aber man kann trotzdem natürlich über das Tor-Netzwerk auf zum Beispiel Twitter oder andere Social-Media-Bereiche zugreifen. Und dann bleibt man da auch sehr, sehr anonym. Das heißt, es ist an sich nicht schwer, aber es macht halt kaum jemand. Und Edward Snowen macht das übrigens genauso. Also der benutzt auch normalerweise immer, nehme ich mal an zumindest, ich weiß nicht, ob er es immer tut, aber er hat es zumindest mal gesagt, dass er immer das Tor-Netzwerk verwendet, wenn er irgendwie ins Internet geht, damit er eben nicht nachverfolgbar ist. Er seine Lage wohl kaum zusätzlich verschlimmert, wenn man bedenkt, dass er nach seiner Flucht aus den USA immer wieder Interviews gegeben hat. Eine der ersten großen Aktionen von Commander X als Anonymous-Mitglied war ein Angriff auf die Homepage der Stadtverwaltung von Santa Cruz, an dem er sich aus Protest gegen die Politik der Behörden in Bezug auf die Obdachlosen beteiligt hat. Obwohl Doyen selbst die Hackerattacke als Albrei bezeichnet hat, wurde er dafür zu 15 Jahren Haft verurteilt. Aber die spektakulärste seiner Aktionen, die über seinen Charakter und seine Überzeugung aussagt, war sein Angriff auf ägyptische Regierungsserver während des arabischen Frühlings, bei dem er die Benutzerdaten aller Ägypter gestohlen hat. Das Hauptziel von Anonymous war, die ägyptische Regierung unter Druck zu setzen. Und um das zu erreichen, musste man unter komischen Bedingungen arbeiten. Tagsüber arbeitete Doyen am Projekt in einem Café in San Francisco und nachts machte er es sich in einer Gasse hinter ihm bequem, um weiterzumachen, bis er irgendwann direkt auf seinem Laptop vor Erschöpfung einschlief. Und seine Flucht aus den USA, nachdem er gegen Kaution freigelassen wurde, ähnelt einem Agentenfilm. Zuvor? Ganz kurz, warum diese Geschichte mit dem Café? Es ist so, ihr könnt zwar das Thor-Netzwerk verwenden, und dann seid ihr auch relativ anonym, das hat er ziemlich sicher auch so gemacht. Aber wenn ihr wirklich sowas Riskantes macht, und natürlich auf der Most Wanted-Liste vom FBI steht, dann reicht es nicht, das Thor-Netzwerk zu verwenden. Das FBI hat eigentlich, ich glaube, circa 80% der Thor-Exit-Notes. Das heißt, im Endeffekt, wenn ihr ins Thor-Netzwerk reingeht, dann kommen da immer drei Knoten sozusagen. Und zwar erstmal der erste, das seid ihr, dann kommt die Nummer zwei oder die Nummer eins eigentlich, das ist dann irgendein Teilnehmer, dann kommt nochmal irgendein Teilnehmer, und dann kommt der Thor-Exit-Note. Und da wird dann eben überwacht, worauf man überhaupt zugreifen möchte. Das heißt, das FBI weiß normalerweise, wer oder dass jemand auf irgendwas zugreift, und hat da auch relativ viel Einfluss natürlich drauf, und kann sagen, nein. Aber wenn ihr euch dann sogar noch zusätzlich in ein Café setzt, also quasi einen Public-Wi-Fi-Spot, dann hat man nochmal weniger Informationen, was da eigentlich passiert. Also im Endeffekt, jeder kann ja in dieses Café reingehen und kann sich dort einloggen und dann das Thor-Netzwerk benutzen. Das heißt, ihr habt quasi nicht mal einen Internetanbieter, der irgendwas über euch weiß. Das ist halt schon ziemlich geil. ...hat Doyen einen unterirdischen Eisbahntunnel entworfen, der bis zur kanadischen Grenze führte, damit Mitglieder seiner Gruppe ihn im Fall einer polizeilichen Verfolgung benutzen konnten. Am Ende war er es, der über diesen Weg das Weite suchen musste. Hector Monsegur Das hier ist ein weiteres Anonymous-Mitglied. Man könnte sagen, dass das Hacken ihn im Blut liegt, weil er sich damit schon von klein auf beschäftigte. Hector wurde von seiner Oma großgezogen und... Hector, versteht ihr? Hector. ...wuchs in einem ärmlichen New Yorker Viertel auf. Eines Tages beschloss er, einen Teil der familiären Ausgaben zu übernehmen, wovor er Kreditkartendaten gestohlen hat. Er hat mit dem Geld alle Rechnungen bezahlt und es sich anschließend gut gehen lassen. Nachdem er sich Anonymous angeschlossen hat, wurde er mit wesentlich anspruchsvolleren Aufgaben beauftragt. Er hat unter anderem die Webseite des tunesischen Präsidenten gehackt und darauf einen Unterstützungsbrief für die einheimische Anti-Regierungsbewegung gepostet. Daraufhin fühlte er sich wie eine Art Robin Hood, der hunderten Leuten auf einmal helfen konnte, ohne seine Wohnung zu verlassen. Man hat ihm aber das Handwerk gelegt, nachdem er es auf die Homepage einer FBI-Filiale abgesehen hatte. Bereits einen Tag später wurde seine Wohnung vom FBI-Agenten gestürmt. Für alle Straftaten drohten Hector, der sich über 1000 Hackerattacken schuldig gemacht hatte, sage und schreibe 124 Jahre Haft. Eine unfassbare lange Strafe, die unmöglich abzusitzen wäre. Das kann euch bei uns übrigens nicht passieren. Also bei uns gibt es das an sich nicht. Aber ihr kriegt auch in Deutschland eine Haftstrafe, wenn ihr euch wirklich so mehrere Strafen in diesem Bereich oder wirklich mehrere Straftaten begeht. Das heißt, das ist absolut schlimm auch in Deutschland und wird auch dementsprechend so geahndet. Aber ihr könnt nach dem deutschen Gesetz nicht irgendwie mehrfach 125 Jahre oder sowas bekommen. Das geht nicht. Gefängnis zu vermeiden, sah sich Hector gezwungen, mit dem FBI zu kooperieren und dessen Informant zu werden. Während seiner dreijährigen Zusammenarbeit mit dem FBI hat er dazu beigetragen, über 300 Cyberangriffe auf die Server der US-Regierung, der US-Streitkräfte und der NASA zu vereiteln. Möglicherweise wäre Hectors Leben anders verlaufen, wenn er eine bessere Kindheit gehabt hätte. Vielleicht wäre er kein Verbrecher, der fürs FBI arbeiten musste, sondern einer der tollsten Softwareentwickler von Silicon Valley geworden. Aber das ist schon eine andere Geschichte. Marcus Hutchins Der Mann, der das Internet rettete, so könnte man Marcus Hutchins nennen, einen jungen und geschickten Hacker, der sich über viele Jahre einer Strafe für sein Verbrechen entziehen konnte. Ironischerweise wurde er festgenommen, nachdem er bei einer groß angelegten Cyberattacke mit einer Schadsoftware, von der hunderttausende Internetnutzer weltweit betroffen waren, Schlimmeres verhindert hat. Um das zu schaffen, muss man doch richtig was drauf haben, nicht wahr? Dass Marcus eine große Zukunft im IT-Bereich vor sich hatte, hatten seine Eltern sehr früh erkannt. Allerdings waren herkömmliche Computerkurse nicht das, was er sich gewünscht hatte. Sie langweilten ihn. Deshalb hat er sich viel selber beigebracht, zumal seine Lehrer ihm verboten haben, Counter-Strike und Call of Duty zu spielen, was ihm gar nicht passte. Möglicherweise entschied er sich für eine Hackerlaufbahn einfach deswegen, weil er sich an seinen langweiligen Lehrern rächen wollte. Mit 13 hat Marcus seinen ersten PC geschenkt bekommen, den er alleine zerlegt und wieder zusammengebaut hat, nachdem er ein paar Teile auswechselte. Ein Jahr später, nachdem er im Internet-Explorer eine Sicherheitslücke entdeckt hat, hat er sein erstes Programm geschrieben, mit dem man Passwörter von Internet-Usern abgreifen konnte. Zwei Jahre darauf hat er sein Studium abgebrochen und drei Jahre später hat er schon große Aufträge aus dem Darknet. Hutchins Geschäft ging bergauf. Sehr bald wurde er einer der wichtigsten Entwickler von Software zum Stehlen von Bankdaten. Nach der Verhaftung räumte er seine Verbrechen ein. Der Prozess gegen ihn dauerte mehrere Jahre und Marcus stellte sich schon mental auf ein Leben als Häftling ein, doch plötzlich nahm sein Fall eine unerwartete Wendung. Der Richter hat den Hacker freigesprochen, indem er erklärte, dass sein Beitrag zur Bekämpfung eines globalen Cyberangriffs seine vorigen Verbrechen aufwiegen würde. Du bist aber nett. Das passiert nicht häufig, glaube ich. Aber dieser globale Cyberangriff, den er verhindert hatte, ich habe da nicht wirklich Informationen dazu. Lass mich das mal ganz kurz googeln, ja? Okay, also es war dabei, oder es handelt sich dabei um die Malware WannaCry. Die ist, ach, das ist eine schöne Geschichte. Ja, also tatsächlich eine der größten Ransomwares überhaupt. Ransomware, kennt ihr, glaube ich, wahrscheinlich von dem Begriff her, ist im Endeffekt eine Software, wenn die auf eurem PC landet, dann versucht sie sich a, weiter zu verbreiten auf benachbarte PCs, also jetzt zum Beispiel im lokalen Netzwerk, zum Beispiel bei Firmen. Wenn ein PC befallen ist, werden die anderen PCs auch befallen von dieser Malware. Und das Zweite, was eine Ransomware normalerweise macht, ist, sie verschlüsselt eure Daten. Und das macht sie, indem sie einen Schlüssel bekommt und dann verschlüsselt sie die Daten und dann schmeißt sie den Schlüssel weg. Das heißt, niemand kann die Daten wieder retten, außer ihr bezahlt Kryptowährungen, sozusagen eine Art Lösegeld für eure Daten. Ja, deswegen auch Ransomware, also Erpressungssoftware, Ransom englisch. Und ja, im Endeffekt ist das genau der Punkt. Das heißt, man verschlüsselt eure Daten, man erpresst euch. Und was jetzt Marcus Hutchins gemacht hat, ist im Endeffekt, er hat die Software reverse-engineered. Das heißt, er hat wirklich versucht, die zu untersuchen. Und by the way, machen wir sowas ähnliches in der Reverse-Engineering-Playliste, die ich hoffentlich endlich mal auf YouTube veröffentlichen kann. Aber ja, genau. Und zwar, dort hat er dann quasi WannaCry reverse-engineered, das heißt, er hat dort einen Kill-Switch gefunden. Im Endeffekt hat WannaCry funktioniert, indem es eine Webseite kontaktiert hat. Und wenn diese Webseite eine Antwort gegeben hat, dann erst hat die Software angefangen, Dinge zu verschlüsseln. Und man hat diese Ransomware, also WannaCry, wirklich nicht mehr aufhalten können gerade. Die hat alles verschlüsselt. Von Banken bis hin zu Krankenhäusern, Privatleute, alles war betroffen. Es war wirklich furchtbar, was da alles verschlüsselt wurde. Die hat sich wunderbar verbreitet, indem sie einfach einen Exploit benutzt hatte, der von der NSA verwendet wurde. Also die NSA hat quasi eine Lücke genutzt die ganze Zeit und die wurde dann veröffentlicht. Und daraufhin hat sich eben WannaCry gebildet, sozusagen. Und die haben eben diese Lücke genutzt, um sich weiter zu verbreiten. Das heißt, man konnte da wenig dagegen tun, außer eben seine Daten wirklich wieder frei zu kaufen. Und eben durch diesen Kill-Switch konnte man einfach sagen, okay, diese Daten können jetzt wieder entschlüsselt werden, beziehungsweise die Verschlüsselung hört einfach auf. So, und das war quasi sein großer Beitrag. Und das war schon eine ziemlich krasse Sache. Kann ich verstehen, dass er dafür freigesprochen wurde. Wobei, Kreditkartenbetrug ist natürlich auch ein relativ krasses Vergehen. Also das eine ist extrem krass gut und das andere extrem krass schlimm. Mittlerweile ist er tatsächlich Angestellter bei einer Cyber-Security-Firma, was ich echt cool finde. Also gerade solche Leute sind dann häufig am Ende sehr gefragt, weil sie natürlich auch einiges an Wissen haben. Hier ist ein weiteres Wunderkind, das unter seinem Hackernamen Cosmo the God bekannt ist. Taylor begann seine Hacker-Karriere mit zwölf. Er behauptete, dass ihm diese kriminelle Beschäftigung nicht wegen des Geldes, dass er sich mit Hacker-Methoden beschaffen konnte, sondern ausschließlich wegen des Prozesses selbst angezogen hätte. Für ihn als Teenager war es ein einziges Abenteuer, das ihm jede Menge Spaß machte. Nachdem er im Netz Gleichgesinnte gefunden hat, hat er zusammen mit ihnen Cyber-Angriffe auf die Server von Amazon, Apple und Netflix ausgeführt, indem er Benutzerdaten klaute. Die Unternehmen haben dies allerdings nicht bestätigt. Als Taylor und seinen Komplizen langweilig war, haben sich die Kumpels damit amüsiert, der Polizei vermeintliche Verbrechen zu melden. Nachdem die Ordnungshüter an der angegebenen Adresse angekommen waren, haben sie natürlich nichts dergleichen festgestellt. Später ging Taylor dazu über, die Benutzerdaten von Promis zu stehlen. Unter seinen Opfern waren die Golfspieler Tiger Woods, Ex-CIA-Chef John Brennan, Kim Kardashian und sogar die ehemalige First Lady Michelle Obama. Eine beeindruckende Liste, nicht wahr? Cosmo the God hat es versucht, seine Verbrechen den russischen Hackern in die Schuhe zu schieben. Doch daraus ist nichts geworden. Nach der Festnahme ist er sozusagen auf die helle Seite der Macht gewechselt und arbeitet mittlerweile als Experte für Cybersicherheit, indem er verschiedene Unternehmen vor Hackerangriffen beschützt. Also abgesehen von Passwörterstehlen habe ich da jetzt nichts Krasses gehört. Wie hat er das gemacht? Hat er die Server von denen wirklich gehackt oder hat er einfach nur irgendwie Social Engineering genutzt? Das muss ich kurz nachgucken wieder mal. Okay, also tatsächlich konnte ich hier wirklich gar nichts weiteres darüber finden. Also ich weiß jetzt nicht, ob er einfach nur Social Engineering auf die ganzen Leute gefahren hat, weil es waren halt wirklich eindeutige Persönlichkeiten und jetzt nicht irgendwie einfach komplett alle Daten, weil ich meine auf Amazon sind natürlich auch noch andere Leute registriert. Das heißt, man weiß jetzt nicht, ob es hier sich um Social Engineering handelt, sprich, ob er einfach eine E-Mail geschrieben hat, diese Aussage von Netflix und er dann halt dadurch die Account-Daten bekommen hat, was meistens der Fall ist, wenn es irgendwie einen Hackerangriff gibt oder ob er tatsächlich in die Server von Amazon, Netflix und Apple reingekommen ist. Das wäre ziemlich krass, wenn er da reingekommen wäre, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht, wobei früher waren die natürlich auch noch nicht so gut abgesichert, wie sie jetzt heute abgesichert sind. Muss man eben mal gucken. Aber ja, da gibt es keine weiteren Informationen leider dazu. Aber es ist eine krasse Geschichte, also kannte ich auch noch nicht. Martin Schkreli Der in sozialen Medien als Pharma-Bro bekannte Martin Schkreli gründete ein Pharma-Unternehmen, dass einige Ankäufer lebenswichtiger Präparate beinahe in den Ruin getrieben hätte. Seine Firma hat unter anderem dazu beigetragen, dass die Preise für Anti-HIV-Mittel auf sage und schreibe über 5000% gestiegen waren. Eine unglaubliche Preisbucherei, zu der nur eine völlig gewissenlose Person fähig wäre. Dabei hat Schkreli seine Investoren an der Nase herumgeführt, indem er sie darüber angelogen hat, dass er zwei große Hedgefonds leiten würde, in die die Geschäftsmänner riesige Summen investiert haben. Als dann Schreli's Machenschaften aufgedeckt wurden, wurde er zu sieben Jahren Haft und der Beschlagnahme sämtlicher Vermögenswerte verurteilt. Interessant ist, dass er mal das einzige Exemplar eines legendären Albums der US-amerikanischen Band Wu-Tang und ein seltenes Picasso-Gemälde besaß. Cosa Nostra Hä? Das war kein Hacker, oder habe ich da irgendwas falsch verstanden? Also niemand, der sich jetzt irgendwie mit IT-Security oder sowas auseinandergesetzt hat. Ähm, okay. Hierbei geht es um einen der spektakulärsten und erfolgreichsten FBI-Einsätze der letzten Jahre. FBI! In einer einzigen Nacht wurden 130 mutmaßliche Mitglieder einer der größten Verbrecherorganisationen der Welt namens Cosa Nostra verhaftet. So etwas bekommt ihr nicht einmal in einem Film zu sehen, obwohl in Hollywood seit dem letzten Jahrhundert haufenweise Filme über Mafia-Clans produziert wurden. Es wäre falsch zu denken, dass Mafiosi von heute genauso edel wären wie die in der Pate. Sie rauben, morden, erpressen, zerstören das Leben unschuldiger Menschen und leben auf den Kosten anderer. Ihr ehrt euch gewaltig, wenn ihr glaubt, dass es heutzutage keine Mafia mehr gäbe. An der Razzia, die tief in der Nacht startete, waren 500 FBI-Mitarbeiter und über 200 Polizeibeamte beteiligt. Und schon gegen 11 Uhr morgens wurden über 100 Verdächtige festgenommen. Der Einsatz wurde noch am selben Tag beendet. Und darauf folgte ein aufsehenerregender Prozess, der dem Treiben der Cosa Nostra an der Ostküste der USA einen Strich durch die Rechnung machte. Kevin Mitnick Dieser Mann ist einer der ältesten und bekanntesten Ex-Hacker der Welt. Schon als Jugendlicher, als das digitale Zeitalter erst in den Anfängen steckte und diverse Firmen gerade damit begannen, sich mit PCs auszurüsten, hat Mitnick regelmäßig Attacken auf große Unternehmen der damaligen Zeit geübt, darunter IBM, Motorola und Nokia. 1985 war er der meistgesuchte Hacker der Welt. Die Jagd auf ihn dauerte Jahre. Im Gegensatz zu den anderen Protagonisten unseres heutigen Videos musste Mitnick eine Freiheitsstrafe abbüßen. Nach der Entlassung beschloss der Hacker, sich auf die Seite der Guten zu schlagen und fand einen Job als Berater für IT-Sicherheit. Doch diese Arbeit entsprach nicht seinen Ambitionen, weshalb er eine Firma gründete, die an staatliche Unternehmen Knack-Software verkaufte. Das ist übrigens der Grund, warum er heute als kontroverse Figur gilt. Mitnick garantiert für die Exklusivität sowie völlige Unbedenklichkeit seiner Produkte und gibt die Namen seiner Kunden nie preis. Aus ethischer Sicht ist seine Tätigkeit umstritten. Einerseits sorgt er für die Reduzierung des Risikos, von einer Hackergruppierung angegriffen zu werden. Andererseits, wer weiß, vielleicht durchstöbert ein Regierungsmitarbeiter mithilfe seiner Software genau in diesem Augenblick euren Rechner auf der Suche nach illegalen Downloads. Was man also davon halten soll, ist jedem selbst überlassen. Hey Leute! Das passiert so häufig, dass die Hacker tatsächlich irgendwann einfach wieder gefasst werden und dann entscheiden sie sich, okay, wir gehen jetzt in die IT-Security, wir beraten Leute, damit sie eben nicht mehr von irgendwelchen Hackern angegriffen werden können. Das passiert sehr, sehr häufig und im Endeffekt ist das auch, naja, nachdem man erwischt wurde, die einzige Möglichkeit, die man irgendwie hat. Aber jetzt nochmal speziell zu ihm, zu Kevin Mitnick. Er hat halt agiert, bevor die ganze Security-Sache so richtig, naja, publik wurde. Das heißt, bevor die ganzen Firmen angefangen haben, wirklich richtig IT-Security zu machen. Und damals war es halt auch wirklich so verpönt, IT-Security zu machen. Also jeder, der sich damals mit der IT-Security auseinandergesetzt hat, der wurde als Hacker und als Krimineller beschimpft sozusagen. Das war so ein richtiges dunkles Geschäft, sich mit der Security überhaupt nur zu beschäftigen. Und der hat dann auch tatsächlich schon Schwierigkeiten bekommen. Mein Headset rutscht, verdammt sorry. Und ja, also damals war es dann tatsächlich so, die Hacker von damals wollten die Firmen dazu zwingen, dass sie sich endlich mal mit IT-Security beschäftigen. Weil wenn die das können, also die, die eigentlich nichts Böses wollen, dann können das auch die anderen. Das ist im Endeffekt das, was Whitehead-Hacker heutzutage tun. Und deswegen haben sie tatsächlich CVEs erfunden. Also CVEs sind die Carbon Vulnerabilities and Exposures. Das ist quasi eine Liste mit bekannten Schwachstellen, die gefixt werden muss. Und die ist einfach öffentlich. Die war damals auch wirklich öffentlich. Das heißt, die sind, also die Whitehead-Hacker von damals, ja von früher, von 80ern und so, sind hingegangen und haben eine Schwachstelle gefunden, haben die dem Hersteller gezeigt und haben gesagt, so und du fixt das jetzt bis, also fixt mit X bitte, bis du, du hast irgendwie zwei Wochen oder einen Monat oder sowas Zeit. Und wenn du es bis dahin nicht gefixt hast, dann veröffentlichen wir die Schwachstelle. Und dann weiß jeder, wie man in diesen Server einbricht. Und uns ist dann egal, was du mit denen oder was die mit dir machen. So und dadurch waren die Leute dann gezwungen, dass sie das auch tatsächlich reparieren. Und so haben sich eben die CVEs entwickelt. Das ist eine supergeile Geschichte eigentlich. Und mittlerweile ist es auch, also auch heute ist es noch so, dass viele, viele Firmen machen genau das. Also Google zum Beispiel hat auch ein Projekt. Sie machen genau das. Sie untersuchen Software auf einer unentgeltlichen Basis und versuchen einfach sozusagen das Internet sicherer zu machen, indem sie eben solche Schwachstellen finden. Und dann schreiben sie den Hersteller an und sagen, hey, mach mal, mach mal, reparier mal. Und wenn die das nicht reparieren, dann wird es veröffentlicht. Und dann gibt es halt, ja, Probleme für diese Firma. Sprich, zum Beispiel im Fall von McDonalds könnte man sich dann nun endlich Essen bestellen oder so. Und in den meisten Fällen reparieren die Firmen das dann auch, weil sie heutzutage zumindest verstehen, dass sowas wirklich schlimm ist. Und ich meine, es gibt ja auch mittlerweile die DSGVO, wenn man da irgendwie einen Datenschutz nicht ernst nimmt. Und das ist ja so. Also wenn man eine Schwachstelle hat und ein Hacker könnte auf die Daten zugreifen, dann ist das auch gleichzeitig ein DSGVO-Verstoß. Sprich, die sind dann natürlich daran interessiert, das zu reparieren. Weil bei einem DSGVO-Verstoß oder generell bei einem Hackerangriff, da gibt es wirklich ordentlich Strafen. Also die sind dann auch verpflichtet, Firmen, sowas öffentlich zu machen, wenn sie gehackt wurden und sie es mitbekommen, dann sind die verpflichtet, sowas zu veröffentlichen. Deswegen kriegen wir das auch heutzutage alles schön mit. Und dann werden die Listen veröffentlicht, was alles geklaut wurde, damit die Kunden informiert werden können, beziehungsweise die Kunden müssen auch informiert werden. Und dann gibt es natürlich nochmal eine fette Geldstrafe obendrauf, die übrigens nicht die Geschädigten, also nicht die Kunden bekommen, sondern der Staat bekommt sie. Was ein bisschen doof ist, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Und ja, genau, so werden die Firmen dann heutzutage dazu gezwungen. Also sie werden quasi motiviert, mit sehr viel Geld Strafen, die Sicherheitsdrückung zu reparieren. Aber ich finde es gut, dass Firmen wie zum Beispiel Google oder eben auch Security-Firmen an sich sowas machen und da eben dafür sorgen, dass die Firmen dann auch motiviert werden, diese Schwachstellen zu reparieren. Anders sieht es allerdings bei anderen Bereichen aus, also zum Beispiel sowas wie Handyhersteller machen, Samsung zum Beispiel. Das ist, ja, wie sage ich das, asozial, weil wenn man zwei Jahre lang ein Handy hat, dann will man sich nicht unbedingt ein neues kaufen. Aber in den AGB heißt es, man kriegt zwei Jahre nach dem Kauf noch Sicherheitsupdates. Sprich, wenn das Modell nicht mehr hergestellt wird, dann ist der Verkäufer, also Samsung oder ähnliche, sind nicht mehr dazu verpflichtet, euch Sicherheitsupdates zu liefern. und diese, naja, diese AGB, ich weiß nicht, ob die überhaupt rechtmäßig sind, aber ist eine schwierige Sache. Nochmal speziell zu Kevin Mitnick hier, dadurch, dass er jetzt natürlich Software an die NSA oder wen auch immer da verkauft, im Endeffekt ist es halt auch ein Geschäftsmodell. Macht er das nicht, macht es irgendjemand anders. Und natürlich ist es jetzt nicht cool, dass er sowas macht und dass er absolute Exklusivität garantiert. Das ist, ja, ist schwierig, aber ansonsten wird halt einfach das FBI wahrscheinlich ihn anheuern oder die NSA oder wer auch immer. Joa, schauen wir noch kurz zu Ende. Es geht nicht mehr lange. Ich habe irgendwie so das Talent, kurz vorm Ende zu pausieren. Habt ihr keine Lust mehr, Videos über süße Tiere und herzerwärmende Geschichten anzusehen? Ihr braucht etwas Ernsteres in eurem Leben. Harte Autos. Dann abonniert mich, wenn ihr was Ernstes im Leben braucht. Ullo Roboter und die ungewöhnlichsten Gadgets der Welt. Holt euch den Hightech-Adrenalinkick, den ihr braucht, auf Techzone. Jetzt abonnieren. Wir warten auf euch. Techzone. So, so. Muss ich mal reingucken. Ich kenne die nicht. Wenn jemand dazu Erfahrungen hat, immer gerne melden. Und sagt mir generell auch Bescheid, wenn ihr irgendwelche interessanten Videos findet. Und wenn ihr noch irgendwelche Themen habt, die euch fehlen, könnt ihr mir auch Bescheid sagen, wobei meine Liste wirklich sehr, sehr lang ist. Nicht vergessen, ich bin nur eine Person, die hier versucht, gerade zwei Kanäle auf einmal zu beenden. Was einigermaßen gut funktioniert. Und nebenher noch Dozent sein. Funktioniert auch ganz gut eigentlich soweit. Aber ja, deswegen dauert es immer, bis ich eure Vorschläge umsetze. Nicht traurig sein, wenn ich es mal nicht tue. Es eignet sich nicht alles perfekt als Video. Ja, das war es eigentlich auch schon wieder von meiner Seite. Ich danke euch, dass ihr dabei wart und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.